Die Zwei Liebenden. wo sind wir denn jetzt hier irgendwie das schön wenn die weg gehen wenn man die einsammelt geräusch südliche karawane so eigentlich den hier noch holen ist auch eine lange reise wieder das wären die richtung was haben wir denn hier ich bin schon wieder spinnen warum immer spinnen ihr habt auch nur missbeiß höppchen umzuspringen gern nun kommt da dann nicht hoch oder was Nein, aber komische Spinnen. Nein, sag ruhig. Ich hab'n' zu spuckt mit deinem ollen Giftzeug da. Au. Den kann man nicht... Na gut. Schnell weg hier. Spinnen. Die Geisel unserer Zeit. So, was bist du denn hier? Waren wir hier schon mal? Nö. Laut Karte. Friedlicher Acker. Neuer Ort. Ein Bauernhof. So ein bisschen aus wie ein Bauernhof, ne? Guck mal. Huch. Na toll. Jetzt bin ich hier auch noch hingefallen. Tja. Ist hier ne Möglichkeit einer rum? Hier denn hier so? Ne. So, stabil. Toll, so. Macht das weg. Ich brauch' Platz. Ach, da war's eher an. Zum Ding. Zum Hochziehen. Wow, Pfeile. Juhu. Lup. Nein, nein, schau'n wir mal. Wat geht denn hier so? Moin. Ist jemand da? Sammeln. Ne, ich möchte keinen Lagerpfeil sammeln, danke. Totten hat die Bär. Offen Klo sind die. Äh, 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 alt. Das ist auch eher so ein Partner-Ding hier, ne? Ich wär's nicht unbedingt so mein Ding, aber... aber nun gut guck mal hier gibt es ein paar Betten so wenn wir hier mal Zeug hier mit, das brauchen die ja nicht mehr behaupte ich einfach mal wie er baut denn so na toll sind wir immer im Kreis hier runter Wasser und die Kissen, na klar mit ein bisschen hier bisschen Zeug drin na gut halt ah ich sie erkenne ich nach oben oh ich sie erkenne ich nach oben oh ich sie erkenne ich nach oben wie kommt man denn hier auf dem Dachboden nochmal gibt es bestimmt auch eine Möglichkeit oder habe ich die Treppen wieder übersehen vielleicht gibt es auch einfach hier oben na gut haben wir uns dort auch mal geschaut wir müssen in die Richtung Lalalalalalalalalalalalalala oh ich bin erschrocken mach doch ne eh nur aus diesem sehr erschrocken sehr erschrocken lalalala fick durch hier fick durch hier fick durch hier das dieser bauern dingen sind da wollen wir schon mal warten ne das ist auch nochmal so ein lexierboden ist das so ja na gut aber wir wollen erstmal da hin nym huhuhu huhu nimm wir erstmal hier dann nimm mal so um die Ecke gucken wo der Weg hin führt Der füllt hier einfach so lang. Oh ja. Hier ist der Monolith. Den hatten wir ja schon mal. Huiiii. Jo. Boing. Oh nein. Bienen. Oh. Oh. Wuf. Ja ja. Au. Fläsch. Knochen und Fläsch. Da muss man auch. No. Junge. Ach. Die hat mich erst mal ne. Das bricht auch überall durch. Ne. Okay. Da müssen wir ja unbedingt mal ein bisschen einnehmen ne. Falls das nicht möglich ist. Standort unten. Wie unten. Was heißt denn unten? Hier unter uns oder? Was ist das hier? Was? 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 Da drunter nichts. Au. Ich dachte ich hätte den eigenen gesehen. Für ne Höhle oder so. Na gut. Ich hab hier jetzt auch was gesehen. Der Wolfsbau hier. Aha. Was ist das denn? Ich finde wieder eh eine Sache und finde wieder 20 an. Ich bin schon mal. Komm dann mal hin. Fängt irgendwie so neugierig an. Aber leider bin ich gut. und sehr richtig keine wachen alarmiert krypter der erbauer ich muss deswegen kam mir dazu ja da war ja hier schon mal da brauchen wir jetzt nix an den punkt hat er gesagt wo wir waren das war vielleicht da vorne mal bei der club schauen schon wieder wie so sind sie da mehr bieten ja mann 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 haben wir eigentlich mal was zu essen bei irgendwie umgut das war hier erstmal da sind die meint auch hier so bisschen was süßes für zwischendurch ach gib mal an wen haben wir denn da war das war so ein fliegerhainig bei so ein schwebe typ naja wird hier bestimmt in der ehrensinn ich ziehe doch da schon was ach das hier bei der mine war ja ich wollte auch noch erkunden ach mann so viel zu tun so wenig zeit nun wir könnten wahlweise darunter jumpen und versuchen den unterwegs zu machen oder wie ihn erstmal hier runter bin mir noch nicht so sicher bin mir noch nicht so sicher ob das so clever wäre hier runter zu jumpen oder vielleicht da hinten runter zu gehen ein glückwehen da hinten runter und kunden wird ganz entspannend guck mal können wir hier so ein bisschen und das war hier den falsch an das todes kriegen guck mal zack easy hier soll ja was zum sammeln naja und salz 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 ja klappt ja ja klappt ja alles mit was wir können hui ist ja auch mir knickt bei runterfallen ach mann ey so viel zum sicheren landen so naja wir hopsten hier erstmal irgendwie runter ohne uns die bene zu brechen mal sagen guck mal hier so mach den Mist hier weg jetzt ein stein eingesammelt wir haben sie ja erde weil ja die kann weg der stoff kann eigentlich perfekt davon haben wir auch noch genug bei der stoff der stoff das ist ja der brach gehen ja Kein Mensch braucht gar nichts. So, ein bisschen ordnen hier. Ja, das freustell. Den nehmen wir mit uns hier, der Toilz.